Not a foe, danke für deinen Level-Eintrag. Achso, das ist das Kai-Zo-Level. Puh! Hoppala. Naja, aber eine höhere Abschlussrate als, äh, Abandoned Ghost House. Okay, mein Daumen ist eh schon ziemlich kaputt. Okay, Malaket, ich werde es gleich mal anschauen. Ja, ich werde es im Editor öffnen und anschauen. Keine Sorge. Okay, aber ich glaube, ich liege schon mal so weit richtig. Ups. Oh, fast erwischt. Ein bisschen rumtricksen, dann klappt das schon. Scheiße. Ist das überhaupt so richtig? Was? Wo ist jetzt auch immer so blöd? Ein Befehl gibt's ja, ähm, steht hier links unten, also links neben der Kamera. Neben der Facecam steht da Befehl, äh, Ausrufezeichen Level. Uh, fast getroffen. Und dann weiß ich nicht. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich den Treff und wie es dann weitergeht. Oh, wo ist jetzt dieser blöde Panzer hin? Und dann weiß ich nicht. The Hunter Hack. Bitte trage deinen Level in die Levelliste ein. Nur schneller mitlaufen. Okay. Mach ich den erstmal weg. Dann betätige ich den Block. Oh. Nein, das ist ein P-Block. Och, kacke. Okay. Schon mal ganz gut. Also hier, äh, ganz kurz, einfach, zack, Level. Und dann kann man das hier bei meinem Nightbot ablesen. Docs.google.com Genau, sag ich doch. Jetzt postet das zweimal. Äh. Nein! Und dann kannst du dort deinen Namen bitte eintragen und die Level-ID. Oh, yeah. Nein! Oh, kacke. Das ist gemein. Dann muss ich bedachter vorgehen. Wallchump. Du musst Level groß schreiben, Bullet. Let them sick. Bitte auch du deine ID, deine Level-ID in die Liste eintragen. Oh, scheiße. Ein bisschen später loslassen, dann schaffe ich es auch. Oh, ich hab's geschafft. Und wie geht's weiter? Oh, scheiße. Ein bisschen zu kurz gesprungen. Ja. Ich find auch, das macht grad richtig Laune, weil es ist nur zu schwer. Es ist nur zu schwer und man weiß ungefähr, was man machen muss. So. Nein! Das ist gemein! Muss man echt... Echt? Richtig? Perfekt drauf treffen. Mein Daumen tut schon wie, wenn ich nach links, äh, rechts drücken. Was mach ich denn? Oh, blöde. Blödere, blödere Sassi. Blödere, blödere Sassi. Was soll denn das? Warum klappt das jetzt nicht mehr? Du meinst über den Stachy oder über die Kuba, äh, hier, die Schildkröte. Was hat vorhin die ganze Zeit so gut geklappt? Und jetzt bin ich so ein Kack-Nubwürter. So. Ah, okay. Ei. Oh, sowas finde ich gemein. Sowas finde ich richtig gemein. Diese blöden Trollblöcke. Wieso gehe ich eigentlich immer dort oben entlang? Dort unten hat es noch eine Röhre. Da könnte ich auch mal reingehen. So. Ups, ein bisschen zu weit. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Das grüne Rohr dort links unten. Eventuell ist das eine gute Option. Eventuell ist das eine schlechte Option. Was soll denn das? Mann. Stuhlgang. Spritzpups, elendige. Also manchmal. Aber nur manchmal. Hey, Ex-Gallifrey. Uh. Gallifrey. Was auch? Ein Hu-Yan. Ups. Dr. Hu. Mein Lieblings-Doktor war und ist David Tennant. Der. Äh. Zwölfte Doktor. Nein, elfte. Ups. Auf jeden Fall David Tennant. Die, die vorigen kenne ich leider noch nicht so. Was ich mir auf jeden Fall mal. Was soll denn das? Mario. Was ich mir auf jeden Fall noch antun werde. Also die, die allerersten Doktors anschauen. Doktor Hu. Richtig coole Serie. Oh. Oh, das war knapp. Nee, das geht nicht. Da sterbe ich, wenn ich da drunter gehe. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Scheiße. Ein bisschen Konzentration. Ein bisschen mehr Konzentration, Sascha. Ja. Gibt's hier oben? Nix. Erwarnungslos. Ja, na geil. Nein, oh Mensch. Ja, na geil. Ja, na geil. Ja, na geil. Duhelgum. Duhelgum. Mein Daumen tut weh. Fuck off. Warum springt der jetzt nicht mehr da richtig drauf? Ich war schon fast durch. Das motiviert mich. Kann das schaffen. Ich hab gesagt, ich kann das schaffen. Ach. Mhm. Ups. So schaff ich's nicht. Geh rein. Boah. Bonsenration. Jetzt hätte mich dieser Scheißblock schon wieder fast das Leben gekostet. Uh. Uh. Da ist die Röhre. Uh. Okay. Jetzt das gleiche nochmal. Ah. 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 Scheiße. Da ist das Ziel. Uh. Ich bin gut. Ich bin good. Mhm. Mhm. Mein erstes Kaiso Level. Okay. Okay. Hah. Oh, Gott. Nein! Hurenhagel! Entschuldigung, sowas sagt man nicht im frühen Abendprogramm. Huch, schon wieder fast 18 Uhr. Was machst du, Mario? Nein, jetzt habe ich... Oh, danke, Oli Link. 10, danke für deinen Follow. Der hat mich zum Absturz gebracht. Uhuhu! Aber vielen Dank für deinen Follow. So, aber jetzt... Diese blöden, kleinen, gemeinen Trollblöcke da. Was war das? Hmm... Warum wirst du denn nach oben? Blö, 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 blö. Oh, das war knapp. Oh Gott. Pons, 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 pons... Pfei media. hey lady organi danke hier kannst du achtung ich schreibe es in den chat hier kannst du meinen neid bot beziehungsweise dem dox google dem google dokument so rum die level id eintragen und dann sehe ich es in der liste die liste ist aber schon sehr lange noch einige levels zu spielen weil ich ständig so perlen hier wie diesen bekommen so nette schwere levels nein das habe ich schon gedrückt oh mein gott kann euch dort das war knapp nicht so oft auf den jet schauen jetzt habe ich es geschafft wo geht es da lang da geht es nirgends lang ich habe ein einfaches level ein schweres relativ schweres level geschafft dankeschön das macht spaß selbstbewusstsein um drei links gesteigert juju drain danke nietram 7 beziehungsweise wetze 7 genau wetze 7 danke für das coole level so die liste ist jetzt